Wir haben genügend Trink... Ah! Watschi, pass auf! Kein Problem Gut gemacht Ha! Ne, ich hätte können... Ja! Was? Ne, ich komm fast dran, ich kann nicht drücken, aber es reicht nicht Geh mal weg, vielleicht schaffe ichs Moment, ich hab's ja... Ich hab was... Gut, ich halte hier... Pass auf, dass nicht die Zombies zu uns kommen Boah! Probierst du mal! Ich will ja gar haben! Ich hab' ich gesehen Wir sind irgendwie anders, vielleicht Ah! Warte mal! Ich hab' sie! Hast du sie? Ja, warte, ich geb' sie dir! Ich will erst mal gucken... Wow, du hast Glück, du hast so viel Glück Ja, die liegt hier! Hol' sie dir! Ja! Ja! Bitte sehr! Du musstest hier... Guck mal! Du musstest hier... Hier raufspringen und dann hoch! Hä, wie? Zeig's dir mal! Ja! Ja, dann... Ja! 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 Ich will ja was... ich muss noch mal, das ist jetzt hier der Porcel-Effekt, du weißt ja nicht so, cool so, jetzt, du hast 20 Schuss Geht's los? Ja, Moment Auf in den Tod! Nee, nicht in den Tod Ich brauch wieder was zu nuckeln Ja, dafür müssen wir jetzt hier jeden Sammi mit nem Headshot erledigen Ne, Moment kurz Da vorne kann man nicht rein Nee, wir probieren, ich will zu wenig, zu wenig, ne möglichst, muss ich zu unsparen Jeden schaffen wir nicht Scheiße, übernimmst du ein paar? Ja, ja, ja Boah, hey, hier gibt's Geld So, wie gehen wir vor? Schieß mal in die Luft Warte mal, komm mit! Komm mal mit! Komm mal mit! Komm mal mit! Ja Ich hätte nen Plan Und zwar Einer kommt, einer kommt, einer kommt Ja Nehm den Kopf Und zwar Und zwar Wir beide stellen uns jeweils Einer in den Pfosten dort auf Hey, also so einer hier und einer da Und du schießt einmal, damit ein paar Zombies angelockt werden Ich hoffe es klappt Sieht nicht so aus Ja Na gut, keine Schüsse verbraten Hey, vielleicht haben wir heute unsere ersten Fähigkeiten Ey, vielleicht haben wir heute unsere ersten Fähigkeiten Ich, 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 okay, nimm so Höchstens die einzelnen rauslocken Reingehen Nexas, dein Name So Ich sag den hier, den fetten Den? Direkt vorne Ey, den Ich nehm den Auf wen ist er auf dich? Ich nehm den Geh beruhig, ich über... Scheiße! Du hast geschossen, glauben Ja, ja, ich weiß Komm, lock ihn hier rüber Treibst du mal direkt Friendly? Ah! Scheiße! Ich sterbe! Halt dich weg! Halt dich weg! Halt dich weg! Ich schreib sofort erstmal Friendly Verdammt Nimm einen Account und töd ihn! Ich bin tot Nimm die Account und töd ihn Nimm die Account Hau um die Rübel tot Wo kam denn... Äh, aus die Power Hast du ihn gesehen? Ne Ja, du schießt ihn einfach drauf Warte mal, ich hab ne Idee Warte mal, ich hab ne Idee Disconnected direkt Ja So behalten die... Ja, liebe Zug Bitte töte mich nicht, bitte töte mich Bitte töte mich nicht Bitte töte mich nicht Ja! Es hat geklappt Meine Arme Acker Ja, ich hab sie jetzt Was ist das? Geil Weißt du, was ich das erste jetzt mache? Was? Ich lerne erstmal ein Skill Und zwar Das können noch die Zuschauer gerne mitgucken Und zwar Wir haben zwischen 3 Skillarten Können wir auswählen Der erste Skill wäre An Leben und Gesund Verbesserte Gesundheit Ich hab's noch... Ich hab noch gar nicht so viel XP Ich schon Nahkampf 1 Also erhöhter Nahkampf Schaden Oder... Hungerstreik Hunger reduziert sich langsamer Was... was soll ich nehmen? Was du essen? Ich приним... Ich nehme irgendeine Gesundheit Ja, liebe Zuschauer Das war heute auch wieder ... Let's Play... Was war das? War sie Ja? Ich wünsch! Einen... Einen schönen Abend Bye, bye! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüü,